Alles in Ordnung? Ja. 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 Ist alles super. Freut mich. Boah, du bist immer so warm. Wie lange sonnst du jeden Tag? Das ist so krass. Heiß. Sie ist wirklich immer heiß. Ja. Das macht den Druck. Welcher Druck? Der lässt mich heiß werden. Ach so. Ja, klar. Der Druck. Entschuldigung. Ja, das Thema hat mir doch heute erst. Ach so echt. In der Rauchecke. Ja, ja. Ich bin grad voll geil geworden. Ich weiß auch nicht warum. Echt? Ja, ich weiß auch nicht. Wieso? Oh, Kevin. Das mach ich mal so nicht. Jetzt weiß man, wie ich mich immer fühle. Die Selina ist so heiß, weil die hat irgendwas so. Die hat irgendwas. Ich kann's dir gar nicht sagen. Das ist, das ist, das kommt von innen heraus. Pack doch einfach jetzt. Wie pack doch einfach jetzt? Ja, pack doch einfach. Wohin? Wie meinst du? Ach so meinst du das? Ich bin immer höflich. Das ist so ne weibliche Ausstrahlung, ne weibliche Aura hat die. Oh. Richtig hart reingepackt ey. Sorry. Ach alles gut? Aus versehen. Aus versehen? Nicht gewollt? So intuitiv. Das ist krass. Und deswegen, turn dir einen so an, weißt du? We had it all. Okay. Mh. Kann ich dich auch sagen. Das ist so. Der Calvin ist echt ein toller toller Mann. Ich hab nicht gesagt, table it is here in the house. Dreck. Brauchst du einen Schlafplatz oder so? Gerne, ja. Sehr gerne. Das ist schon eine heiße, kleine, geile Sau. Ich hab da irgendwas verringt, Bro. Ich hab mich auch so ein bisschen verarscht gefühlt. Und es war unangenehm, neben ihnen dann zu stehen. Also du hast Interesse an Kevin? Ja, auf jeden Fall. Mich fuckt das halt irgendwie so ein bisschen ab. Okay, ja, versteh ich. Sag ich nicht. Muss ich Ihnen das sagen? Ja, aber woher soll er es denn wissen? Okay. Fällt schon schwer, die Finger von der zu lassen. Muss ich sagen. Wir können auch gerne nochmal duschen gehen. Das ist meine Haare eigentlich verstanden. Wollen wir zu viel duschen? Ja, wir können zu viel duschen gehen. Wollen wir zu viel duschen gehen? Komm noch hin. Jetzt sollen wir? Ja. Ehrlich, willst du? Sollen wir? Warte mal. Geil! Wollte ich auch mal mitmachen da. Wird ja öfter gemacht, hab ich gehört. Deswegen wollte ich auch mal probieren. Ich muss sagen, das Duschen war sehr schön. Selina oben ohne. Ja, die war ein bisschen jetzt für Kevin bestimmt und so. Aber trotzdem, ne. Hat man auch im Arm gehabt und so. Läuft. Ja, es war so heiß, dass die Kameras sogar beschlagen sind, ne. Ihr wollt noch mehr Are You The One? Dann schaut euch die Videos hier an. Und wenn ihr die ganze Staffel sehen wollt, dann hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.